Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Luisa Bomke und ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein geschätzter Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp! Hi Luisa, schön, dass du heute mit uns hier am Start bist. Ja, der Start ins eigene Leben ist teuer. Wer sich mit 18 Jahren ein Auto kaufen möchte oder eine Weltreise nach dem Abi plant oder für Studium umzieht, braucht Geld. Damit genug zusammenkommt, müssen Eltern früh genug anfangen zu sparen. Eine Option kann es da sein, das Geld an der Börse anzulegen. Wenn sie regelmäßig und über einen langen Zeitraum am Aktienmarkt investieren, lässt sich auch mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen. Wir sprechen heute darüber, worauf Eltern bei der Geldanlage für ihre Kinder setzen sollten, welche Sparformen sich lohnen und wie sich steuerlich das Maximum rausholen lässt. Philipp, du wirst ja im März Vater. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du für deine Tochter das Geld am besten sparen möchtest? Ja, also erstmal habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, dass ich es sparen möchte. Das ist vielleicht so die erste gute Grundvoraussetzung. Nicht alles, keine Ahnung, zu versaufen oder so, sondern sich auch mal Gedanken darum zu machen, dass man für seine Tochter oder für sein Kind allgemein ein bisschen Geld hinterlassen möchte. Ich habe da jetzt, um ehrlich zu sein, aber noch nicht ein Depot da so aufgemacht. Es ist auch noch ein bisschen Zeit, sich darum Gedanken zu machen. Ich glaube, wir werden erstmal ein paar andere Sachen zu tun haben als Geldanlage mit dem Kind. Ja, du hast gerade schon das Depot angesprochen. Das wird ja überall für Kinderdepots geworben. Ich hatte damals noch das gute alte klassische Sparbuch, wo ich dann schön nach Geburtstagen mein Geld aufs Konto gebracht habe und am Weltspartag natürlich auch noch ein kleines Geschenk bekommen habe. Das Knacksheft. Genau, das Knacksheft. Jetzt wird überall, wie gesagt, für das Kinderdepot geworben. Wurdest du denn schon von deiner Sparkasse oder Commerzbank angeschrieben? Nee, überhaupt nicht. Obwohl meine Bank auch ein spezielles Angebot extra für Kinder halt hat. Aber ja, wie du sagst, das Thema Sparbuch an sich, das ist ja tot. Wer macht das heute noch? Obwohl die Zinsen so ein bisschen wieder hochgehen, lohnt sich das ja nicht so sehr. Der Zeitgeist hat sich da so ein bisschen gedreht. Und mittlerweile ist man ja auch eher so dran, auch für Kinder in den Aktienmarkt einzusteigen. Und da gibt es ja durchaus interessante Angebote, die man sich mal anschauen könnte. Worauf sollte ich da denn setzen? Also es gibt ja verschiedene Optionen. Man könnte wieder sagen, okay, wir nehmen einfach das klassische Festgeld oder Tagesgeld, wo es hier wieder Zinsen gibt. Mit zwei, drei Prozent ist es aber so semi-attraktiv pro Jahr. Was sich total anbietet ja, sind ja auch Aktiensparpläne. Und da die große Frage, ja, ich möchte für mein Kind Geld anlegen an der Börse. Worauf sollte ich genau setzen? Also ich würde jetzt nicht hingehen und einfach 10.000 Euro in Tesla vielleicht packen. Das würde ich auch für mich persönlich nicht machen. Und da ich mein Kind liebe, auch für mein Kind nicht. Sondern wirklich darauf achten, dass ich halt ein breit gestreutes Konstrukt halt nehme. Und da bietet sich natürlich halt ein ETF an. Also ein Index-Sparplan, der einfach eins zu eins einen Index halt abbildet, wo man in verschiedenen Unternehmen Geld anlegt. Das minimiert halt total die Risiken. Wenn da mal irgendwas bei einem Unternehmen schief geht, so what? Man hat noch ganz viele andere. Und das ist ja gerade wichtig, wenn man so einen langen Anlagehorizont hat, wie für ein Kind, was jetzt gerade geboren wurde oder ein Jahr alt ist. Und man möchte, dass mit 18 Jahren das Kind dann endlich an das Geld halt ran darf. Seitdem ich als Volontärin so ein kleines bisschen Geld verdiene, lege ich auch an. Und zwar in den MSCI World. Bietet der sich denn zum Beispiel an, um ja auch für Kinder Geld anzusparen? Genau. Also der MSCI World ist ja wirklich der beliebteste Sparplan überhaupt. Alle legen ihr Geld rein. Du, ich. Ich glaube, jeder, der irgendwie an der Börse aktiv ist, macht das. Und auch aus guten Gründen. Weil du hast da immerhin 1600 Unternehmen aus 23 Industriestaaten. Also sehr breit diversifiziert. Auch wenn da das US-Gewicht ziemlich hoch ist. Also die meisten Unternehmen stammen aus den USA. Viele aus dem Technologiebereich. Das war jetzt im letzten Jahr zinswendebedingt nicht so ganz geil. Also wir haben gesehen, die Kurse gingen ganz schön nach unten. Aber so auf lange Sicht hat man da einfach viel Geld mitgemacht. Viele Rendite konnte man da einfach. Die Wertzuwächse waren halt da. Und das Wichtigste ist, man ist halt, wie gesagt, gestreut. Man muss ja jetzt kein Stockpicking betreiben und hoffen, dass ich auf die richtigen Aktien setze. Das ist ja schon irgendwie für seine eigene Geldanlage ziemlich schwierig. Aber dann noch für ein Kind macht das Ganze noch ein bisschen diffiziler irgendwie. Und auch das ganze Thema Krypto zum Beispiel würde ich persönlich, auch wenn ich sehr oft darüber schreibe, nicht unbedingt so in die Geldanlage für mein Kind packen. Vielleicht nicht die sicherste Anlageform, sage ich mal so. Nicht ganz. Ich meine, jetzt wird der Ultra-Bitcoin dann natürlich sagen, okay, aber wenn du vor, welches Jahr haben wir jetzt, 2023, vor 14 Jahren ungefähr Geld in Bitcoin gesteckt hättest, dein Kind wird sich darüber freuen. Aber ja, das ist halt absolute Spekulation und darauf sollte man jetzt im Kinderdepot ja nicht unbedingt setzen. Ganz im Gegensatz dazu, auch zehn Jahre sollte man ja ungefähr einen ETF oder den MSCI World halten. Es gibt ja sogar Berechnungen, die sagen, dass seit 1975 Anleger, die mindestens 15 Jahre Anteile am MSCI World gehalten haben, keine Verluste mehr gemacht haben. Also das ist ja mal das krasse Gegenbeispiel zur Kryptowährung. Genau. Ich meine, es kommt ja immer an der Börse auf den Einstiegszeitpunkt an. Wenn ich eine Woche später anlege, kann das natürlich ein bisschen verzerrt sein, dieses Ergebnis. Aber ja, wie du sagst, auf historische Sicht hat man mit Aktien immer gute Gewinne erzielt. Man sagt so, fünf, sechs Prozent pro Jahr sind im historischen Durchschnitt durchaus zu machen. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, wie sollte ich meine Geldanlage strukturieren? Du hast ja einmal die Möglichkeit, einen Batzen Geld zu nehmen und als Einmalanlage zu investieren. Zum Beispiel 10.000 Euro. Da hast du natürlich das große Problem. Wenn du die 10.000 Euro anlegst, dann kann daraus auch ein bisschen weniger werden. So von heute auf morgen quasi. Das Problem umgehst du ja so ein bisschen, wenn du halt einen Sparplan einrichtest. Und das hast du ja wahrscheinlich auch gemacht. Genau. Also ich habe immer monatlich einen kleinen Betrag, den ich immer wieder automatisch nachschieße. Genau. Und was ja auch noch hilft, um ein gewisses Risiko zu minimieren, ist, wenn man auch beim Ausscheiden, also wenn man wieder verkauft, eine gewisse Flexibilität hat und nicht zu einem bestimmten Stichtag unbedingt verkaufen muss. Dann kann man ja mal zwei Jahre, vielleicht bevor das Studium des Kindes anfängt, gucken, wann sind die Kurse günstig. Jetzt verkaufe ich mal und dann kann ich mein Kind auch zum geplanten Zeitpunkt unterstützen. Eben. Nehmen wir jetzt mal an, jetzt im Jahr 2022 hätte das Kind sich unbedingt ein Auto gewünscht, hätte verkaufen müssen. Ja, das wäre ziemlich Käse gewesen. Deshalb muss man da auch schon immer schauen, ja, wie entwickeln sich die Kurse. Und man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Gerade wenn man das Geld dann als Kind ausgeben möchte, dann sollte man das auch frühzeitig eruieren. Und ja, nochmal kurz auch auf das Thema monatliche Sparrate. Also zeigt sich ja auch, dass ja dieser langfristige Anlagehorizont durchaus aushalt. Also ich habe einfach mal geguckt, was kommt denn bei rum, wenn man jeden Monat für 15 Jahre 50 Euro halt anlegt. So, und da kommen halt nach 15 Jahren 3.300 Euro halt raus. Davon sind so 4.300 Euro Zinsen. Profitierst ja auch durch diesen Zinse-Zinseffekt. Also das, was so eingezahlt ist, das verzinst sich ja immer schön weiter. Und unterstellt war da jetzt so eine jährliche Rendite von 5 Prozent. Letztes Jahr hatten wir es nicht. Da hat man, wie gesagt, Verluste gemacht. Ja, aber so im historischen Durchschnitt ist das mit Aktien durchaus zu holen. Warum sollte ich denn für mein Kind ein eigenes Depot besparen und jetzt nicht zum Beispiel in meinem eigenen Depot einfach Geld für mein Kind anlegen? Also die Option gäbe es ja theoretisch auch. Genau. Also du könntest ja in deinem eigenen Depot bei deinem Smartphone-Broker oder wo auch immer du bist sagen, okay, ich bespare da jetzt diese 50 Euro jeden Monat zu. Könntest natürlich auch sagen, ich habe hier meinen MSCI World, der mir Luisa gehört und dann einmal den zweiten ETF, der jetzt nur für mein Kind ist. Geht natürlich, aber erstens hast du natürlich psychologische Hindernisse, sag ich mal. Also das ist halt immer noch dein Geld, wenn du es auf einmal im Anflug von Größenwahn sich dazu entscheidest, ein Mega-Auto zu kaufen oder so und das Geld dann von deinem Depot halt abziehst, dann ist es halt das Geld des Kindes im Endeffekt, was du halt dafür ausgibst. Also diese psychologische Barriere nicht, dein eigenes Depot zu besparen, ist vielleicht schon mal nicht ganz so verkehrt und auch steuerlich natürlich. Jeder hat ja seinen Steuerfreibetrag, der wurde jetzt erhöht auf 1.000 Euro. Also Kapitalerträge, die du machst bis 1.000 Euro sind halt steuerfrei. Alles darüber hinaus geht, muss halt versteuert werden mit 25 Prozent plus Soli und eventuell Kirchensteuer. Also wenn du Gewinne machst, dann müssen sie versteuert werden. Und wenn du ein Kind hast, dann müssen die Gewinne ja dann auch versteuert werden, wenn es auf deinem Depot halt läuft. Das sind schon mal einige gute Punkte, warum man ein eigenes Depot anlegen sollte. Man muss aber auch beachten, wenn man ein Kinderdepot macht, dass das eben wirklich das Geld des Kindes ist und man jetzt nicht auf einmal, wenn es knapp wird, man den Job verliert oder ähnliches, einfach ans Depot des Kindes gehen kann. Weil man sagt ja, okay, mein Kind hat jetzt vielleicht ein Depot, aber wenn es der Familie schlecht geht, hilft das dem Kind langfristig auch nicht. Aber da gibt es eben keine Option. Also das muss wirklich ein Geld sein, was du die nächsten 18, 20, 25 Jahre nicht brauchst. Und mit dem 18. Lebensjahr wird es dann ja auf einen Schlag auf das Kind überschrieben. Genau, das könntest du auch mit deinem Depot machen, was auf deinem Namen läuft. Geschickter, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einen klassischen Smartphone-Broker zum Beispiel benutzen. Die haben nämlich kein Extra-Kinder-Depot, wie es viele Direktbanken ja zum Beispiel machen. Dann könntest du hingehen und sagen, okay, ich öffne jetzt ein zweites Depot, hast dann dein eigenes und beim gleichen Anbieter auch noch eins für deine Kinder, was dann auf deinem Namen eben läuft und dann halt übertragen wird, wenn das Kind dann halt 18 Jahre alt ist. Das geht auch, weil unter 400.000 Euro musst du auch dafür jetzt keine Steuerzahlen schenken. Steuer sei Dank. Aber das ist natürlich immer noch nicht so ganz die optimale Lösung, weil da hast du auch wieder das Thema mit den Steuern, mit dem Freibetrag, ist auch nicht so ganz die saubere Variante. Was hättest du denn gemacht, hätte dein Vater, deine Mutter dir auf einmal mit 18.000 100.000 Euro überschrieben? 100.000 Euro, ja, ich hatte so ein Sparbuch, da kamen jetzt keine 100.000 Euro rum. Ja, was habe ich damit gemacht? Das war erstmal für mich halt so ein Backup, sag ich mal. Ich bin da auch, hatte studiert und da war es natürlich ganz schön, so diese Sicherheit auf dem Konto zu haben. Ich habe jetzt mir kein fettes Outgold, weil ich Autofan absolut hasse. Aber genau, weil einfach so diese mentale Sicherheit, die du halt als Stütze halt hattest. Im Gegensatz zu dir im Ruhrgebiet brauchte ich den Führerschein und das Auto. Also ich hatte kein Depot meiner Eltern, aber ein Führerscheinkonto, ganz klassisch, mit der Taufe eingezahlt und dann immer das Geburtstagsgeld draufgebracht. Ich wusste, wofür ich es brauche und habe mich dann gefreut, nicht extra sparen zu müssen. Das fand ich schon sehr praktisch. Wenn ich jetzt aber bedenke, dass meine Eltern ein Depot angelegt hätten und das auf mein BAföG angerechnet werden könnte, wäre das für mich ein Hindernis gewesen, weil ich eben BAföG beziehen durfte. Aber wenn ich natürlich ein eigenes Depot über einen gewissen Betrag hätte, hätte ich ja das verrechnen müssen. Genau. Also das Ding ist natürlich, wenn deine Eltern ein Depot für dich einfach auf ihrem Namen bei einem Smartphone-Broker oder sonst irgendwo halt haben, dann wird das kein Problem, weil es ja auf ihrem Namen läuft. Aber sobald halt ein Junior-Depot auf deinem Namen läuft, dann wird es halt BAföG-relevant. Jetzt wurde ja die Grenze auch angehoben, ich meine auf 15.000 Euro. Also je nachdem, wie viele deine Eltern einzahlen, ist das vielleicht kein Problem. Aber wenn du halt über diese Schwelle liegst, ja, dann hast du ein Problem und es wird halt darauf angerechnet. Du hast jetzt schon die Smartphone-Broker angesprochen. Wie sieht es denn mit dem Junior-Depot bei der Direktbank aus? Welche Vor- und Nachteile gibt es denn da? Also klar, diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, gerade die müssen ja jetzt nicht unbedingt für einen Smartphone-Broker sein. Du kannst ja auch einfach bei einer Direktbank auf deinem Namen ein Depot laufen lassen. Aber die saubere Variante ist natürlich, ein Depot für dein Kind zu eröffnen. Das machen ja, das bieten ja viele Banken an. Du hast es gerade ja auch schon angesprochen, dass die Option besteht. Bei der ING geht das, bei der Consors Bank, Comdirect. Und ja, der Unterschied ist, dass es halt da nicht kostenfrei ist, wie jetzt zum Beispiel bei vielen Smartphone-Broker, wo ja ETF-Handel kostenlos ist, sondern dass du halt niedrige Gebühren zahlst. Es gibt aber auch Sonderaktionen, wo du halt vergünstigte Konditionen kriegst. Das ist dann auch ganz nett. Da lohnt es sich auch natürlich mal zu vergleichen. Ja, und der große Vorteil ist natürlich, das Geld gehört dann wirklich dem Kind. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal eben Geld, um meine Rechnung zu begleichen oder so. Nee, also das Geld ist quasi da erstmal gebunden. Ich meine, es ist ja so, also bei einer Einzahlung von 100 Euro im Monat sind es, glaube ich, zwei Euro Gebühr, die man oft zahlt oder so. Also das ist ja wirklich in einem Rahmen, der sich verkraften lässt, wenn man schon 100 Euro für sein Kind im Monat zahlt. Eben, ich meine, da bietet es sich dann an, natürlich eine etwas höhere Rate vielleicht zu nehmen, damit halt die Gebühren nicht so sehr durchschlagen. Also desto höher die Einzahlung ist, desto weniger schlagen die Gebühren durch. Ein großer Vorurteil ist natürlich, dass das Kind dann, hört sich das komisch an, Kind und Steuern und so, aber dann hat das Kind auch seinen eigenen Steuerfreibetrag, wenn du halt so ein Junior-Depot hast. Also diese 1000 Euro kann das Kind erstmal selber an Kapitalerträgen erwirtschaften. Und das macht es ja vor allem auch für ETF-Anleger ziemlich interessant. Also ich weiß nicht, du hast auch ein MSCI World und da gibt es ja so zwei Varianten. Welche hast du? Eine ausschüttende oder eine thesaurierende? Ja gut, da überfragst du mich jetzt gänzlich. Hauptsache, du hast erstmal ein ETF. Den Weakspot hat er gefunden. Alles gut. Also ich habe zum Beispiel einen thesaurierenden. Das heißt also, Gewinne, die dieser MSCI World macht, Dividenden etc., die werden direkt wieder reinvestiert, kommen wieder in diesen ETF halt rein. Und dann gibt es noch als zweite Variante eine ausschüttende. Also dass du dann halt in regelmäßigen Abständen halt Dividenden von den im ETF abgebildeten Unternehmen halt bekommst. Die werden dann auf dein Depot gutgeschrieben. Und das sind dann letztlich ja Gewinne, die zuversteuert werden müssten. So, ab einer gewissen Grenze, 1000 Euro. Das hast du jetzt nicht, wenn du einen thesaurierenden hast. Das ist ja relativ kompliziert. Und ja, wenn du halt ein Kinderdepot hast, dann hast du diese Frage nicht. Dann kann es dir ja relativ egal sein, weil ja diese 1000 Euro erstmal nicht so schnell relevant werden. Also du musst dann keine Steuern zahlen. Deswegen bietet sich so ein Juniordepot auch für Anleger an oder für Eltern, die sagen, okay, wir möchten so einen ausschüttenden ETF. Also mit den Tipps kann ja quasi nichts mehr schief gehen. Dann spiele ich in 18 Jahren mal ein Mäuschen bei deiner Tochter und gucke, wie sich das gelohnt hat. Wenn ich nicht alles doch auf Bitcoin gesetzt habe. Nein, kleiner Scherz. Genau, und es gibt dann noch eine andere gute Sache, die du machen kannst, wenn du halt ein Juniordepot hast. Und zwar, jetzt wird es halt noch bürokratischer. Du kannst eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung halt beim Finanzamt beantragen. Das klingt schon nach etwas, was man beim Finanzamt beantragt. Ja, genau. Das ist halt so ein übelstes Ekelwortkonstrukt, aber hat tatsächlich Vorteile. Da kannst du nämlich halt den Steuerfreibetrag für dein Kind noch etwas erhöhen. Da ist nämlich ja die Sache, ein Kind hat ja in der Regel halt kein Einkommen. Später vielleicht, wenn es irgendwie einen Minijob hat und so. Und wir haben ja immer auch diesen Steuerfreibetrag von 10.900 Euro jetzt, die du halt verdienen darfst, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen. Das heißt also, das Kind, wenn du diese Bescheinigung beantragt hast, kann Kapitalerträge bis in diese Höhe halt steuerfrei jedes Jahr vereinnahmen. Ich meine, du musst natürlich eine gewisse Rendite halt erzielt haben und ziemlich viel Geld anlegen, um da hinzukommen. Aber die Möglichkeit besteht. Ja, also ich glaube, ich hätte mich doch mal vorher damit beschäftigen sollen. Bei mir hat es mit den Kindern zum Glück noch ein bisschen Zeit. Bis dahin bin ich dann auch top informiert und gucke mir sonst bei dir etwas ab. Genau, also so zusammenfassend kann man ja, glaube ich, nochmal sagen, die sauberste Variante ist halt ein extra Junior-Depot. Es hat halt steuerliche Vorteile. Nachteil ist dann natürlich, es kann halt aufs BAföG angerechnet werden, sodass man vielleicht mit der Entnahme früh beginnen sollte. Aber die meisten sind dann ja eh zum Studieneintritt 17, 18, sodass das vielleicht da halt passiert sein sollte. Ja, und was man natürlich auch noch sagen muss, ist natürlich auch ein total toller psychologischer Effekt, wenn man für sein Kind Geld anlegt. Ich meine, so Aktionärskultur in Deutschland, die ist jetzt ja nicht so geil. Das stimmt. Das ist auch dann ein Punkt, wo man vielleicht als Elternteil früh genug mit seinen Kindern ins Gespräch gehen sollte. Man muss ja nicht direkt mit 10 sagen, du hör mal, wenn du 18 bist, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sondern dann vielleicht mit 15, 16 mal langsam einsteigen in die Thematik. Wie gehe ich dann auch vertrauensvoll mit meinem Geld um? Das Kind langsam heranführen. Und wie du sagst, die Aktienkultur in Deutschland ist nicht gerade toll, aber das wäre ja eine Option, das auszubauen. Total. Also das habe ich mir auch fest vorgenommen, muss ich sagen. Also so ein bisschen dem Kind auch zu vermitteln, ja, Geld anlegen lohnt sich, ist nicht böse. Die Börse ist nicht unbedingt einfach nur so ein Zockerinstrument. Also diese psychologische Komponente, die hat man da ja einfach auch. Und ja, gerade mit Stichwort Altersvorsorge, ja, da denkt man vielleicht mit 18 noch nicht so sehr dran, aber sollte man unter Umständen vielleicht. Und dass man da auch beim Kind schon früh genug kapitalisiert, hey, Börse, da kannst du Geld langfristig anlegen, denk an deine Altersvorsorge etc. noch ein bisschen den Moralapostel spielen. Und das kann, glaube ich, nicht unbedingt schaden. Genau, das sind ja zwei wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen eben früh genug einsteigen. Wie gesagt, 10 bis 15 Jahre sollte man schon in ETFs auch anlegen, damit man wirklich einen ordentlichen Gewinn machen kann. Und wenn man früh genug dann als 18-Jähriger das Geld auch vielleicht wieder anlegt, kriegt man auch oft super Angebote, sodass sich das wirklich lohnt, dann langfristige Sparpläne anzulegen und dann wirklich langfristig schon in die Zukunft zu blicken. Genau. So, und wenn euch das jetzt, liebe Hörer und Hörer, sehr interessiert, dann könnt ihr natürlich auch noch unsere wunderbare Vivo-Titelgeschichte lesen, die jetzt erschienen ist. Da geht es halt auch nochmal explizit darum, ja, wie baue ich denn so ein Kinderdepot auf? Worauf muss ich achten, auch steuerlich? Alles nochmal ein bisschen ausführlicher, als wir jetzt hier im Podcast erzählt haben. Und ganz interessant ist auch, dass da ein paar Geldexperten und Fondsmanager ein bisschen was darüber erzählt haben, wie sie für ihre Kinder das Geld anlegen. Ich glaube, die machen nicht nur einen auf ETF-Sparen, sondern packen auch ein paar Aktien rein. Genau, und es gibt auch noch einen guten Hinweis dazu, was vielleicht auch schwarze Schafe sind und welche Angebote für Kinderallee Post man vielleicht eher umschiffen sollte. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch mal auf vivo.de slash Zufriedenheit. Da haben wir eine Umfrage schon etwas länger gestartet und wollen wissen, ja, wie hat euch der Podcast gefallen? Was können wir besser machen? Genau, schüttet uns gerne euer Herz aus. Wir freuen uns auf eure Meinung. Ja, und am Ende der Folge auch nochmal der Hinweis, das hier ist natürlich keine Anlageberatung. Wir können jetzt hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Auch nicht für die Entscheidungen, die ihr für eure Kinder natürlich trefft. Also informiert euch vorher. Und damit Tschüsseldorf aus Düsseldorf.